Gute und herzlich willkommen. Ich spiele zusammen mit dem Fidicado von Fidicados World und dem Minecraft 953 alias Mega The Gaming. Wir spielen wie immer Attack of the Beat Team. Ich wünsche euch dazu. Viel Spaß. Bis dann. Tschüss. Hilfe. Hilfe. Du stehst in der Luft, oder? Ich hab schon gedacht, jetzt denk. Eine Katze. Eine Katze. Du kannst aber abbauen. Was ist das denn? Siliziumerz. Das kannst du erst mal nicht lassen. Ich weiß nicht, was brauchen wir denn da so? Keine Ahnung. Das sollte uns vielleicht. Ja, beim nächsten Tutorial mache ich jetzt dann dieses Erzzeug. Dann läuft er hier durch hier gehen. Naja, dann muss ich wirklich mal gucken. Silizium, denke ich ja, wir brauchen wir für so Sachen. Silizium brauchst du auch so einen Computer Krempel herzustellen. Oder ist das nicht immer dabei? Ich habe schon wieder vergessen, meine Musik drunter zu legen, weil ich so ein Depp bin. Ja, jetzt muss ich wieder mit der Hand reingeschneiden. Ich bin so ein Hochblut manchmal. Jetzt habe ich auch ein Buch gefunden im Permafrost. Ein Buch im Permafrost. Und dann brauchst du die Bücher nicht, um Dings zu machen. Bücherregal und so. Ja, stimmt. Dafür können wir es haben. Ja, richtig. Richtig. Und dann können wir nämlich auch ein Charting-Table bauen. Oh, hier ist wieder Mabel. Mabel ist gut. Mabel nämlich komplett mit. Da will ich nämlich ein bisschen was bauen mit Mabel. Außenrum so einen schönen Platz ums Haus rum. Welches Level seid ihr? Äh, wie Level? 29. Ja, muss ich die grüne Anzeige. Aber warum ist das? 27. 29 habe Diamanten gefunden. Nihihi. Ich habe Totenköpfe gefunden. Er hat mir. Ja, weg. Hier kommt keiner. Oh, siehste. Errungenschaft erzielt Diamanten. Erstmal, dass ich Diamanten gefunden habe. Wie witzig. Das habe ich mir jetzt in der Hand. Das ist ein Pferd. Oh, Saphir-Erz. Was ist das denn? Saphir-Erz. Was ist das denn? Saphir ist das nicht auch so ein Edelstein irgendwie? Ja. Ja. Haben wir doch Frauen um der Hals hängen? Das ist doch mal ein Stalagmiten. Naja, lass mal weg. Du hast immer gerne deine Frau am Hals senkt. Damit kann man was? Was? Sagt das gerade, ist das nicht das, wo man die Frau, dass man die Frau normal hängen kann? Ja, ja. Das ist ja Edelstein, die kann man die Frauen immer um der Hals hängen, oder? Ich glaube nicht, dass du da was dagegen haben. Ich habe keine Frau. Du hattest doch mal eine Frau, oder nicht? Ich bin ein Stecher. Ich bin ein Stecher. Was mache ich denn mit den Relikten, die ich da finde? Mit dir was? Relikte. Ich glaube, ich kochte es lieber. Was macht man damit? Was ist Relikte? Du kannst ja irgendwas machen. Ah, fuck. Findest du im Permafrost. Kannst du irgendwas machen? Ah, fuck. Ich bin keine Fledermaus. Bin ich nicht hier gelandet? Aber du kannst dich jetzt zum Fledermaus zurück verwandeln. Wo bist du denn jetzt, Pili? Alter, wo bin ich jetzt? Wo bist du denn jetzt? Ja. Wo bist du denn? Ich bin... Zock, aber sagen wir mal die ganzen Sachen da auf. Wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht mehr. Wo hast du das letztes Mal gebaut? Oben, unten, rechts, links? Da wäre es hochgelaufen irgendwo. Alter. Sag mal, jetzt muss ich das mal hier. Orientierungslos ist das. Nur, falls ihr nichts seht. Ihr seht genauso viel wie ich gerade. Ja, so bin ich raus. Bist du schwarz? Bist du im Sings? Ich glaube, ich bin... Egal, ich glaube, ich bin ein Dings reingefallen. Ein Loch und dann war ich weg und dann... Hast du im Öl gebadet? Ja, 3, 2, 1. Öl gebadet. Das hast du aber irgendwie gefunden. Hast du irgendwie falsch verstanden? Die Kleopatra hat in dem Öl gebadet, die hat in Milch gebadet. Mein Gott, Herr. Du kriegst nur eine schönere Haut, finde ich nicht den Öl. Ich wollte lieber eine schwarze Haut. Ach so, wollte sie etwas dunkler sein. Ja, ja, das ist schon richtig. Sonnengebräunt quasi. Ach, da oben. Das ist okay. Hier ist jetzt noch ein schwarzes Loch. Wo ist ein schwarzes Loch? Ach so, ja, das ist Öl. Ja, ja, da bin ich gerade irgendwie aufs Versehen reingefallen. So, jetzt habe ich genug Marble dabei. Haben wir eigentlich schon Redstone abgebaut? Leute, wenn ihr das seht, ihr seht genauso das gleiche wie ich. Nämlich genauso. Nix. Alter, ich muss so viel fressen, Junge. Meine Figur, ihr nehmt ihr heute so viel Essen ein. Was war schon mit einem Fernsees? Was ist das denn? Was ist denn fern? Was ist das denn? Das habe ich auch, aber fernseht. Hast du Fernsees? Hast du? Hast du? Ja. Dann brauchst du es ja nicht. Weil der muss ja nicht alles, was du hast, auch nur mitschlepp. Ja, dann, ich habe wieder alles, alter. Komischerweise, weil ihr immer alles rausschmeißt. Ach, schwättest du schon ne Mühe, ich bin ja voll, je. Voll mit den Nerven. Ja, das merkt man. Oh, olde. Bleiärzt nehmen wir auch mit. Blei haben wir immer gut gebraucht. Komm, weg mit dem Eisdingens. Warte, das wird ja immer mehr, ja. Ja, das ist unerschiedlich. Kommt drauf an, wo du drauf haust. Also kommt immer irgendwas raus. Ja, ja, ne, ja, aber nix gescheites. Ja, so den Namen, was? Hab ja nix gescheites, so bei Knochen so. Ja, naja, Knochen kann man für Bepflanzen noch gut gebrauchen. Und wisst ihr, was noch gut ist, wenn man sich ins Schleim verbunden hat? Also so ein Vieh, was einmal eins macht. Das will ich ja gar nicht. In Schleim ist es ja. Ja doch, das bringt aber was. Alles klar. Du kommst ja wirklich schneller voran, dann brauchst du auch nicht immer dir deine zweimal zwei Löcher da bauen, dass du da irgendwie vorankommst, um in den nächsten Höhle oder sowas zu finden oder so, weißt du? Dann brauchst du einmal ein Loch, flitscht da mit einem Slime durch und... Ja, aber da kommt auch keiner hinterher, ne? Ja gut, vielleicht aber auch nicht schlecht. Wenn du Monster hast, ist das natürlich nicht schlecht, ne? Die kommen nicht hinterher. Ja, die kommen nicht hinterher. Höchstens ist es selber in Slime, ne? Wir hatten da so ein Riese... Wir hatten sich da hochgebaut. Fili, hast du dich einmal hochgebaut? Ich hab mich einmal hochgebaut. Achso. Weil da oben Kohle und alles war. Naja. Nur mal bis hier ausläuft. Ich hab bald keine Fackeln mehr. Muss ein Inventals ein bisschen leer. Muss auch von meinem Inventals leer werden. Dann will er Inventals leer, aham. Leer, ist ja ganz was Neues. Geht das hier überhaupt? Also in diesem... In diesem... Rauch. Der voll der Auswurf, Moin, Früh. Das ist ja los. Ich bin überhaupt kein Rauch, ey. Das ist ja unfassbar. Komm, meine Hedges. Lass mich auch mal was zahlen. Oh Mann, Alter. In diesem Mod, also Attack of the Beat Team. Ich weiß da nicht, wo das herkommt, aber da ist unheimlich viel Erze und so ein Kram dabei. Und so viel. Und man kann sich auch nicht mehr verlassen, dass das irgendwo auf irgendeiner bestimmten Höhe ist. Das kommt ja gerade so, wie ich will. Ist das dieses... Gibt es da einen Erzmod, der das macht oder was? Das ist ja auch eine Schlucht, wo wir hier drin sind. Na halt, das ist auch das Schlimme. Ja, die ganzen verschiedenen Mods halt. Das Ferris Ohr kommt von Thermal Expansion. Das auch. Kupfer. Ja, aber ich glaube, dieses Thermal Expansion, das macht unheimlich viel Zeug. Zock auf, aber wo bist du? Hier, da hinten, hier wo ich gerade. Hier oben sind alle. Ja, ich hab ein paar Mabel kommen. Wo geht denn hier raus? Ja, immer an der Nase folgen kommen mit. Ich muss auch raus. Oh, voll durch die Fresco Flo, toll. Äh, hier lang. Ich muss mal ein bisschen... Aber wir machen neue Kisten, ja? Ja, ja. Ja, 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 heiß leckt mich am Arsch, weißt du das? Oh, falsch richtig. Ey, das ist ein Dunn, jeder Tab, der Tab hinterher, echt, das kann nicht wahr sein, ja? Hier lang, Mann. Ich wüsste, ich wollte nur mal testen, hab ich aufgebast. Hm. Hey, ich könnte, warum bin ich eigentlich ein Verkäufer geworden? Ich könnte eigentlich Hüllenforscher werden, also hier diese Leute, die immer allen Leuten rumführen, von A nach B und so. Äh, da wären wir schon, da wären wir schon tot, her. Neue Kisten machen und die Erze reinschmeißen, da und die Wand, okay? Okay. Gut. Nur Rohstoffkisten machen wir jetzt mal. Ja, 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 sonst wirst du Depp. Nur genug Holz, da ist. Ja, keine Ahnung. Und in der Kiste. Haben wir eigentlich Nacht? Jupp. Nee, draußen ist es eh. Nachts ist Kälter, zu beruhigst du wirst du, dass es draußen hell ist. Weil ich mal ein Fenster offen habe, wo man eine Scholesie oben habe. Oh, Alter, das ist so ein Hohlkopf. Nach der Uhr wird es jetzt nacht. Ja, es ist nacht. Wohl, ich hätte noch ein bisschen Holz geholt. Ja, hol doch noch schnell. Ja, es ist schon dunkel. Hol doch noch eine Fledermaus. Eine Fledermaus, ja. Ich bin noch keine Fledermaus, ich habe mich noch zurückverwandelt. Hey, noch nix in die Kisten einsortieren. Ich will mal meinen, ihr müsst mal euer Inventar, ihr müsst mal durch die linke Kiste anfangen, da geht ihr durch und klickt mal alles in euer, wir haben noch heute 64 Stück. Fili, Fili, Kado. So, hast du die Betten gebaut? Das klingelt gerade. Ich habe die Betten ganz oben. Ja, wie komme ich in mein Bett ran, ohne auch über die Mauer zu springen? Hallo? Wer schreibt mir hier, hallo? Welche Mauer? Der hat auch Mauern um die Betten gemacht, aber die ist jetzt zu gewesen, die Mauer. Ich bin gar nicht mehr reingekommen in mein Häuschen. So, mein Dings ist jetzt voll. Wer ist voll? Mein Inventar, ich habe jetzt mal alles, was wir in den Kisten haben, immer mit Klickweise durchgeklickt, dass ich 64er Stacks habe. Ja, ich brauche jetzt mal Dings hier. Erst mal Kisten hinstellen. Ja, aber hast du mir dazu, damit man halt schon sortiert hat. Die anderen Kisten sind jetzt so gesehen sortiert. Die sind jetzt weniger als jetzt drin, schon. Weil ich mich durchgeklickt habe. Ja, klick, die, klack, die, kluck, die, kluck. Du musst jedes Ding gucken, natürlich. Ah, hier, wer sortiert denn die Kisten? Ich erschlage euch, ich kann schon mal von vorne anklicken. Alter. So, jetzt ist nämlich mein Inventar alles, was wir in den Kisten haben, habe ich jetzt mit 64 Stacks voll. Ja, ist mir klar, aber, wenn ich jetzt hier am Klick bin, gerade, ne, ich klick mich durch und schwupp, hat einer auf den Film gedrückt, ist alles durcheinander. Ich bin schon wieder von vorne anfange. Ich erschlage euch hier schon von Nähe. Ich habe echt, der Scheiße, alter. Voll der Auswurf, her. Und 40 Minuten muss ich los zur Arbeit. Keine Lust, alter. Gibt du für mich? Sind doch nur neun Stunden, wir bekommen auch gerade Ware. Ah, ja, natürlich, kannst du mir mal den Buckel runterrutschen. Okay. Ruckel mit der Butch, so, ich hole jetzt, ich hole jetzt Holz, hier war der Holz, wo ist ins Holz, da ist Holz. Holz und dann mache ich Kisten, Kisten. Na, für die Gado, hast du eine Nachricht von deinem Sohn von der Schule bekommen? Ne, ich glaube, meine Cousine, wenn ich es richtig sehe. Ich habe dieses komische Bild gesehen und hat erschrocken. So, Kisten. Ne, ich habe dieses komische Nachrichtenprogramm, das sich, wie nennt sich das, Dreamer, und da steht, wenn mir einer anschreibt, kein Name, sondern irgendwelche Nummern. Jetzt war ich nicht, wer mich jetzt da angeschrieben hat. Was sind, wie mache ich denn, wie mache ich denn? Achso, ja. Immer freundlich sein und hallo zurückschreiben. Hallo. Oh, das sieht jetzt so anders aus, der die Kisten hat hier wieder jemand rumgeklickt. Ja, wahrscheinlich. Also ich mache jetzt hier mal, hier mal Kisten hin, gell, hier, kleinen Scheiße. Papa. Und dann. Fangen wir mit links an. Nein, nicht übereinander, so macht man das nicht. Dann geht die, logisch gehen die Kisten auf, labert ich nicht voll. Probiert gehen sie auf, gehen alle auf. Ich gehe nicht auf. Doch, die gehen aber auf, habe ich schon ausprobiert hier, labert mich nicht voll. Ja, wie wird sie jetzt beschriften? Wird es ein Schilder vorstellen? Ja, an die Kiste dran, was denn sonst? Hä? Was ist mit dir los? Nächstes ist morgens. Also unten, Erze. Oder was? Erze? Ja, das ist mir doch relativ, was ihr da... Ich dachte, wir machen überall die Ärzte rein. Ja, natürlich. Die ersten drei. Wir haben so viele Ärzte, da kannst du nicht in einer Kiste nur Ärzte machen. Hey, da mache ich hier. Machen wir Ärzte, ist ja okay. Jeder Bumbeleine an die Tür, oben. Bum, bum, bum. Mach mal auf. Nee. Nee, schweinlich. Ja, ich bin dieses Jahr einfach so oft in Köln, hey, jedes Mal, nur bei meinen Verwandten dort jetzt plötzlich. Also Herze hier auch Ärzte. Ja, da auch Erz. Ärzte. Und oben auch Scherze. Oh, Scherze. Und da oben die Scherze. Und hier kommen ja noch zu die Ärzte. Und hier Scherze. Okay. Neu, wusstet ihr das hier aus? Warte. Die Frage, kann man da die Ärzte... Ach ja, die Ärzte sind ja Ärzte. Wie kann man Aschestaub machen? Was ist denn Aschestaub? In dem du Asche verbrennst. Es gibt auch einen Redstone-Ofen, ne? Saphir und so ein Kram, wo ist das auch schon drin? Achtung, da muss ich jetzt mal sortieren. Gut. Jetzt habe ich hier Saphir. Saphir mache ich hier oben rein. Dann haben wir noch nicht. Eisschart. Irgendwas dabei rauskommt. Wo machen wir... Achso, ich mache noch mal... Ich mache noch mal eine Kiste mit Fossilien, oder wie das heißt. Fossilien. Fossilien. Und haben wir schon eine Kiste für Ingott? Ne, aber kommt gleich. Hä, wie baut man denn ein... Wo ist das ganze Holz hingekommen? Wie baut man denn ein Redstone-Ofen? Das kann ich dir nicht sagen. Was, Redstone-Ofen? Ja, wenn du auf das Redstone draufklickst und R drückst, ja, dann... Kannst du oben herum machen und dann steht da Redstone-Ofen. Keine Ahnung. Okay. So, was machen wir hier unten rein? Achso, Fossilien hatte ich gesagt, gell? Wenn ich noch ein Schild hätte, habe ich schon keins mehr. Gut, dass ihr jetzt oben schon Rohstoffe reingemacht habt und unten rohstoffe reingemacht habt. Super. Machen wir jetzt Rohstoffe oben rein, oder was? Was, was? Regulier. Wie rohe Rohstoffe? Was ist das denn? Worüber steht Scherze? Hier sind überall RZRZRZRZE. Du hast oben Scherze. Ja, ich sollte doch Scherze schreiben, also mal. Dann los mit euch. Schon mal auf den Tacho geguckt, Alter? Es ist noch früher am Tage. Achso, Entschuldigung. Ja. Herr Mr. Edeka-Phacheangestellter, weißt du nicht so... jetzt hier unten machen wir ein fossilien oder fossilien kann schon mit der ganze scheiße mal rein wäre hier was schon so habt da ein ganzer rotz habe ich schon hier bio fossil relikt ein glück kann man die knochen auch das buch auch nicht das buch extra oder ganz normales minecraft buch kommt daraus so jetzt machen wir oben drüber machen ist das nicht ärzte ärzte ist es gut geschmolzen und das andere soll ich verarbeitete ärzte schreiben sollte schreiben ich habe jetzt bei den anderen auch schon ärzte reingemacht diese barren reingemacht das ist ja schon fertig soll also hier barren und dann mache ich noch mal eins mit barren oder meint das land einer ich gehe jetzt hoch jetzt hau ich erstmal den denken den kerle da auf die fresse weil das gepolter gehen wir auf das sack der geht mir richtig auf die geräste hier mit haben gepoltert wir müssen eine eisentürmacher der polen sind immer dran gehen auf den nerven unseren hörst du das ist ja gerade schon wieder da so ein wir sind gleich fertig 16 minuten haben wir schon kommt dem hau ich jetzt noch dem hau ich jetzt noch viel besser was sind zwei die sind so doof die können stehen nebeneinander können reinkommen und noch eine pari zombie party kommt ja barbie genau ja das habe ich mir genauso gedacht ja man kann so ein tool rock machen für was ist das denn gut was hat dann kann man draus machen ok leiter aus stein steinleitern das ist aber neu glas was ist ein mag ist ja eine lupe wahrscheinlich wir haben ganz viele von den schablonen müssen wir so einen tisch zusammenbauen ok das muss man machen ich würde mal gerne wissen wie man redstone ofen baut was willst du denn mit dem rest und dann was habe ich denn davon keine ahnung witzig so nehmen und den ofen draus machen ich wollte ein button machen wir machen button einmal ein holz in die mitte rufen einmal holz hinlegen fertig einmal und stein button hast du dann sagen wir jetzt eine sagen wo ich die kartoffel her habe kartoffel habe ich schon die hat bestimmt zu einer habe ist daraus hey broken ancients wort alter was sonst gibt ja ach wo du mir denn die leichen teil ich mache mir eine kiste leichen teile heißt die ok weil da muss man ja die ganze leichen teile mal rein packen oder ja wenn er mal umbringen kann man da einfach gleich schön so habe ich das auch gedacht ja ja natürlich müssen sie dann auch mal mit links auch wenn wir sind schon bei 18 minuten ich muss kann auch die tür bauen dann können leichen teile ich gucke was dadurch jetzt mal die ist ich habe nämlich muskel und was muss ich was geht doch alles haben jetzt dann oben ja und wie kommst du denn drauf wir haben wir ja steht da wo steht das kein aber steht doch es gibt einen redstone ofen naja hatte doch gesagt eine ganze zeit oder nicht aber weiter mal ok ich weiß wie man den baut man baut der redstone alles klar sie gesteine maschinenrahmen dann redstone repens spule und kupfer backen du kannst mich auch immer ja da können wir aufhören wir haben uns gar nicht verwandelt was los mit uns ja also meine freunde das war das war wie es warum dreht mal rum bestehen und rücken so guckt in irgendwelche kisten wir so also ich hoffe es hat euch einfach gefallen ist halt etwas jetzt mit abspann schwätze was macht der herr frisst erst mal ein apple kerl gut also guten hunger und ich hoffe es hat euch etwas spaß gemacht wir sehen uns in der nächsten folge bis dann und tschüss